guck mal hier sind etwas gekennzeichnet sind das urteile etwas gekennzeichnet auf der karte halt an atm das mal aufbrechen so viel sammeln das spiel hat so viel content der wahnsinn was nicht unbedingt ein lkw ist auch sehr schön nichts schönes wird auch langsam das jetzt damit fahren wir jetzt wir machen erstmal flughafenmissionen durch die ganze torino mission sag ich mal da und dann gehen wir richtung wo sie mit seinem neuen casino letztens habe ich ja wieder den 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 arschweg song angemacht alter schwede hat den on stream kurz angemachten fakt habt ihr mal die erste strophe schon wieder also erst ein paar strofen da da wird das endwort einfach getroppt und ich so mein gott tut mir leid sooo sooo schnell rein und speichern hä nein wieso zu spät sooo hell fellow well met Oh man, I'm passing through life, same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need to know basis. Oh no man, two lies don't cancel each other out, you know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more friend, no more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain. Better than I ever can. Boy, this is gonna blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even... Oh, wenn das die Mission ist, wo ich eigentlich gerade denke, dann hätte ich mir besser lieber nochmal eine Schussweste geholt, glaube ich. Hey, Truth, do we have a plan here? Go, go, go. Hey, hold up, dude. Das Auto hat einfach gerade... Ähm... Ja. Es ist die... Oh fuck, ich hätte... Oh nein, ich hätte nochmal mein Ding ins Auffüllen müssen. Meine West... Egal. Da war meine Gefanzer, da ist es auch nochmal Gefanzer der West, okay, da sind überall ein paar Gefanzer der Westen, sehr gut. Ich kann hier einfach reinlaufen und sagen, Rambazamba. Was, ob ich da jetzt ruhig mache? Kann das Licht kaputt machen? Nice. Dafür wechsle ich mal ganz kurz eben auf Maus und Tastatur. Okay. 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 кам So... Ich glaube, wir sind gleich alle tot. Ja doch, die ruhige Variante ist doch schneller. Um einige schneller. Läuft noch irgendwo einer rum? Ah, wir haben einen Turms-Niner. Hä, habe ich jetzt wirklich? Ich halte die doch gerade extra aus, damit ich das nicht machen muss. Viel Spaß bei der Arbeit. Da hinten läuft noch einer. Ah, so. Genug. Nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Da wurde eine Weste. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh nein. Wir kommen ja trotzdem gerade ganz gut durch. Oh, dann weiß ich, was wir gleich freigespielt haben. Nice. Und jetzt rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt wird rasiert! All personnel wishing to go to Shazam tonight, please inform reception at your earliest convenience Could the owner of the Alien Culture in the Diagnostics Lab's fridge kindly remove it? Why am I so jumpy? The Gold Shore Valley have arrived in the canteen I heard something Tonight's menu is posted in the canteen Five facts can be ordered from human resources Ich brauche Leben Personnel found stealing alien technology will not be invited on the next staff night out Was so geil aus, ne? Mag dieses 3D-Band-Moday-Morning Okay Jetzt ist es bitte hoch, dankeschön Okay Wo muss ich jetzt hin? Das ist natürlich die Frage Ich muss nicht nur gucken, wo ich lang muss Oh, das ist gar nicht dumm Da kann ich mich Yes Ich muss ein Leben wieder mitnehmen Schlau So, wir müssen da irgendwo hin Das heißt So, wir müssen jetzt hier wieder runter Ah, hier geht es weiter, okay Okay da war das ganze militär ausgeschaltet ist ein mann wie groß wollen sie die schlüsselkarte machen ja zum glück habe ich die da aber zurück ist die schon auf full level gewesen direkt am anfang gespielt schon ich habe viel ausgemacht dass das die ak so hoch gelevelt ist war gut dass man einfach den trick ausgenutzt haben ja ein jetpack die fliege dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Beruhigen Sie sich bitte, Sanchez. Oh, shit! Hey, man, look out! The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think he was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Peace on Earth, dude. Okay, fliegen wir los. Fliegen wir los. So, völlig normal, dass du so'n Typ lang fliegt und so. Weißt du? Stört gar keinen. Irgendwie. Das ist völlig normal. Ich bin froh, dass das Ding keinen Tank hat. So, hui. Las Venturas. Motherfucking Las Vegas hier oben, ne? Ich fand die Aufteilung der Map, glaub ich, besser. Wo kann man hier Golf spielen? Alter, ich wusste bis heute nicht, dass hier ein Golfplatz ist, ne? So ein Golfplatz, oder? Darf ich mal kurz? Aber am Golfplatz kann ich nicht. Hier würde ich Golf spielen? Ich hab noch nie Golf gespielt. Den geht das an Andreas. Oder ist das nur so da? Oh Gott! Wo rühren sie sich? Oh Gott! Wo rühren sie sich? Oh Gott! Sie weiß aber ja, was soll man ja so rühren? Oh Gott, was sagt's? was soll das so rühren? Ich schau mal schon kurz rein, oder? Oh Gott! Die war gratulier, das ist unser Abend. Die waren ryktorisch. Die waren aggressiv? Das ist ganz schön, angular, die war Treatsgrelle. Wie clearing kalte Blätter, da liegt advisors? die haben so gefreut mich zu sehen ich glaube das ziel nehmen ist nicht mehr fliegen und zielen dabei schwer jetzt Ah, wer macht keine Weste, ne? Das fickt natürlich mit rein, ich brauche erstmal eine Schutzweste, sehe ich gerade, oh mann, okay, hoffentlich kann man da schnell reingehen, dass wir eine Schutzweste kaufen, sehe ich nämlich gerade nicht, wo wir es hier einfach so herkriegen, weißt du? Da ist ja irgendwo eine wieder versteckt und so, aber irgendwie nicht. Ich kann schnell Schussweste holen. America, fuck yeah, bin ein Typ auf dem Jetpack und mache euch fertig, America. Das ist eine Waffe erhältlich. Das ist es nicht? Auch nicht? Oh, die Desert Eagle, geil. Oh, die fahren natürlich schnell weiter. Aber jetzt haben wir eine Schutzweste, das macht natürlich um einiges was aus, ne? Jetzt haben wir eine Schutzweste, jetzt können wir auch ein bisschen da mal mehr aushalten. Ach, ich habe meinen Arm gejuckt, ich habe immer meinen Bart haben, meinen Arm gekratzt. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Jetzt fährt er durch den Tunnel. Das Nachenton ist unsere Chance. Das Nachenton ist unsere Chance. Das ist wahrscheinlich immer die dritte, ne? Das ist wahrscheinlich immer die dritte, ne? Wahrscheinlich immer die letzte, die man öffnet, richtig? Richtig? Richtig. So, wunderbar. Guck mal, schau mal, ob man sich Schusswister sich ihre Weste holt, schon läuft es eigentlich ein... Oh mein Gott, fahr mich bitte nicht um. Hat schon eine... Oh mein Gott! Schaut man sich das da, hat es gegönnt. Nice, nice. Oh. Du hast es, Mann? Ich habe etwas. Ich gucke mich. Oh, alles ist jetzt anders. Oh, wir sind durch! Oh, wir sind durch mit dem Kram, wir haben einen Jetpack für uns gewonnen, dass wir, was ich mal letztens nach einer guten Mission benutzt habe, so, aber ich werde das Jetpack jetzt nicht nutzen, das heißt, wir sind jetzt hier durch mit der Mission, ab nach Los Venturas. Oh, wir sind hier durch mit dem Kram.